Herzlich Willkommen bei den Ultima Team Verführern. Wir sind ein Flirtkanal, in dem wir dir zeigen, wie du Frauen in jeglicher Alltagssituation mit Leichtigkeit, ganz entspannt und Humor ansprechen, daten und verführen kannst. Im Folgenden siehst du den zweiten Teil unserer kostenlosen Videoreihe für Anfänger, in dem wir dir zeigen, wie du Frauen ganz entspannt mit der Zeit ansprechen, daten und verführen kannst, ohne dass du dafür hunderte Euros bei anderen Datingcoaches für Videoseminare ausgeben musst. Jetzt siehst du, wie ich den nächsten Schritt einleite. Im ersten Video habe ich noch nach dem Weg gefragt, nach der Uhrzeit gefragt. Jetzt verteile ich schon Komplimente. Das wäre jetzt die erste Steigerung. Denn wie du auch bei meinen Videos siehst, ich spreche Frauen mit einem direkten Kompliment an. Jetzt steigerst du dich, du fragst nicht mehr nach dem Weg zum Hauptbahnhof, sondern jetzt verteilst du Frauen in jeglicher Situation, egal ob sie gut aussieht oder nicht, ob sie alt oder jung ist, einfach nur ein Kompliment. Schau das Video an, versuch das umzusetzen und viel Spaß mit dem Video. Entschuldigung, meine Falschung, bist du Deutsch? Ich wollte fragen, wo es zum DM geht. Ich bin hier nicht aus Neu-Umich-Kaminios. Englisch? Okay. Ist Englisch besser für dich? Ich bin nicht von hier, ich schaue DM. 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 Es geht durch die Tür und zur anderen Seite. Ah, okay. Und by the way, ein schöner Code, es sieht sehr gut aus dir. Have a nice evening. Bye-bye. Entschuldigung, Entschuldigung, eine Frage, ich will dir nichts verkaufen oder so. Ich will anfangen, wie es jetzt zum DM geht. Ich bin hier nicht aus Neu-Umich-Ausleunung. Kannst du ja weiter... Was? DM? Ja, ich such den DM. Also du gehst ganz da auf die nächste Seite. Kann nur durchlaufen, ne? Ja, durchlaufen und ganz, ganz hinten. Ich nehme an der linken Seite. Und übrigens, die Brille steht ja sehr gut, sie ist gut aus. Noch einen schönen Abend. Entschuldigung, eine Frage, ich such dir hier den DM. DM? Ja. Also einmal raus ins andere Gebäude und dann auf der linken Seite. Karte durch und links, oder? Ja, genau. Okay, danke. Und übrigens, cooler Mantel steht dir sehr gut. Dankeschön. Entschuldigung, ich such den DM, ich bin ja nicht aus Neu-Ulm. Kannst du mir weiterhelfen? Englisch besser? Ja. Ich suche DM, DM. Ich bin nicht aus hier. Okay, DM. Oben? Oben? Okay. Just down. Ja. Du weißt nicht. Ja. Egal, ich frage einen anderen, aber schöne Locken. Sieht gut aus. Ja, für dich eigentlich. Dir noch einen schönen Abend. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung, eine Frage, ich such den DM, kannst du da weiterhelfen. Ja, okay, von den Treppen drunter, und dann gehen sie raus, und dann gehen sie bitte gleich rein, in den anderen. Also warte, du sagst raus, durch, und rauf. Genau, hier geht die. Ah, alles klar. Genau, einfach die andere Tür halt rein. Ah, okay. Und einfach geradeaus, als Fahrrad, hier. Bringst du mal kurz aus dem Crew, dann weiß ich mich halt. Und, übrigens, cooler blauer Pulli steht dir sehr gut. Genau, schönen Abend, gell? Bitteschön. Tschüss. Tschüss. Entschuldigung. Entschuldigung, ich will dem nichts verkaufen, also, ich pack nach dem DM, ja. Ich hab keine Ahnung. Was nicht? Ich hab keine Ahnung, komm mir auch nicht mehr. Also, aber cool, jetzt hast du's auf jeden Fall. Danke schön. Dann geh noch einen schönen Abend. Dir auch. Tschüss. Ich hoffe, dass diese Informationen, auch das Video dir gefallen hat, und dass du auch gleich damit starten kannst. Falls du noch an dieser Stelle stehst, immer noch Schwierigkeiten hast, selber Frauen anzuspenden, das aber lernen möchtest, dein Datingleben selber in die eigene Hand nehmen möchtest, oder du sagst, hey, diese Videos sind gut, du kommst schon voran, aber du möchtest nicht mehr so viel Lebenszeit investieren, du möchtest gleich durchstarten, in kürzester Zeit dein Datingleben revolutionieren, dann kannst du dich hier kostenlos bei unserem Kontaktformular unten in der Videobeschreibung einschreiben. Dann rufe ich dich in den nächsten drei Tagen an. Es ist auch ganz unverbindlich. Und erklär dir, wie wir zusammenarbeiten könnten. Schau mir deine Situation an. Und wenn das zwischen uns matcht, wenn das passt, dann starten wir auch gleich durch und verschwenden keine kostbare Lebenszeit. An dieser Stelle hier noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.